Weiter geht's. Sascha hat ein neues Video. Schock rein. Okay, neues Video von Sascha. 4 Millionen hat er einfach. Was gibt's dazu, ganz kurz? 4 Millionen Follower, what the fuck? Echt? Ja. Wie echt? Bist du scheiße? Ganz schön krass. Oh Gott, du kriegst ja für 3 Tage Twitch-Bahn. Justus, danke dir für 10 gegiftete Schmutz... äh Schmutz. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich mal wieder... Schmutz. Mach schon mal gut. Also das find ich sehr gut. Da sind die Hater wieder richtig sauer. Episode von Sascha liest Kommentare. Das heißt, dass ich heute mal wieder unter meinen letzten Videos unterwegs bin, um zu schauen, was meine geliebte Community, was ihr da draußen für mich so dagelassen habt. Was soll ich heißen? Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go. Kommentare. 0% Unterstützung. 0% Kompliment. 100% gegen Sascha. Wie viele Carsten-Clips will man in einem Video benutzen? Sascha. Ja. Wer glaubt noch dran, dass der Ventilator jemals zurückkommt? Nur ein scheiß Ventilator? Ich bin auf die Kommentare gespannt. Sascha ist aufgewacht und hat gemerkt, dass er kein Geld mehr für Kippen hat. Witzig. Erstmal Video aufnehmen. Lieber Earl, wenn es so weiterläuft, habe ich bald nicht mal mehr Geld, um hier unten Videos zu drehen, sondern muss zukünftig hier mal die Videos drehen. noch nie so schnell aufgehört, dem Rentner mein Monatsgehalt zu spenden. Das gibt es Strike the Hunt. Und Reves Umsatz. Leute, was soll ich sagen? Dieses Rewe Polo-Shirt kam so gut an. Ich habe sogar eine Big Baba Bubu Bewertung bekommen. Zero. Andere YouTuber. Ein Video am Tag. Zehn Minuten. Null. Ey. Ich habe einen einzigen Cutter. Mich. Schneide jetzt das scheiß Video, Mann. Junge, halt das Maul. Das Thumbnail beschreibt ganz gut, wie ich mich nach dem Video gefühlt habe. Junge, ich war beim Dreh dabei. Was glaubst du, wie ich mich gefühlt habe? Ja. Ein Herz für Siggi, der in jeder Situation die erste Wahl ist. Ja, wenn's ums... Real Talk. Die Kombi von euch zwei wie in alten Zeiten ist mies geil. Sag Walla. Ich habe es geschafft. 0,5 Sekunden im Video. Glückwunsch, Chef Strobel. Herzlichen Glückwunsch, Chef Strobel. Was ist ein Chef Strobel? Glückwunsch, Chef Strobel. Herzlichen Glückwunsch, Chef Strobel. Glückwunsch, Chef Strobel. Glückwunsch, Chef Strobel. Sheesh. Hat er einfach ne Hilti. Der Strobel hat sich so darüber gefreut. Ja. Uff. Was ist das? Mein Gott sind die schöner bei der Arme auch. Monte spricht mir wie immer aus der Seele. Schön, dass Nikos seine Motivation zum Sport wieder gefunden hat. Tornadet den El Tindo! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal uns... Mal терnen... Mal tor sport! Mal torост! Mal krank .. Mal faushant. Okay, direkt das nächste reingehauen. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Ich brauche ein neues Intro. Da haben wir gerade schon mal gesehen, ich finde den sehr witzig. Ich finde den immer noch gut. Kuss, meine ich natürlich. Bruder, ich sag mal so, so wie dich deine Mutter erzogen hat, hätte sie auch kein Haus von dir verdient. Alles gut, ich nehme das gerne. Ja, meine Mutter hat wenigstens versucht, mich irgendwie zu erziehen. Während deine hätte gesagt, ey, mein Sohn, du hast ADHS, krieg ich die Schule, das wird nix. Na, ABK, dann kommt... Bruder, alles gut, 90.000 Euro im Monat zu verdienen, die Mutter unterstützen zu können, das ist viel besser, glaub mir. Nein, KuchenTV hat mich nicht dafür bezahlt. Niemals! Was war das eigentlich? Ich will jetzt hier wieder keinen Pass aufmachen, aber ABK hat ja einfach sieben verschiedene YouTuber und YouTube-Kanäle und Streamer übelst beleidigt, übelst wilde Anschuldigungen. Alle haben sich dazu ein Statement rausgehauen und es kam nie wieder irgendetwas. Ja, weiß ich nicht wahr. Rückblicken betrachtet, was war das? Ja, wie so ein Fiebertraum bis hin, gell? Was war das denn eigentlich? Ey, einer schreibt unter deinem Instagram-Bild, also, äh, Kursi schreibt, äh, bla bla, was willst du werden? Alkoholiker und so? Ja. Schreibt einen anderen so unter dem Kommentar von Kursi, HALGE. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Chat, ich will mal eine Sage Sachen, Digga. Hat der Cosplay an oder hat der ein Greenscreen? Irgendwie aus, ob sein Kopf so draufgesetzt ist. Ja, ne? Der Kopf ist einfach nur so drauf, oder? Der ist so. Letztendlich, am Ende des Tages, muss man einfach sagen, auch wenn ich mir damit vielleicht... Das sieht einfach komisch aus. Am Ende des Tages sollte trotzdem immer noch jeder für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Hold my beer. Ach komm, lasst sie doch uns anfangen. Ronny baut ein Boot. Das wird safe untergehen. Ihr habt gar keine Ahnung, ne? Ihr habt so gar keine Ahnung. Ich bin euch so überlegen, ne? Euer Leben zieht an euch vorbei, während ich lache. Eine Ewigkeit später. Löcher. Komm, ein letzter Test. Bitte. Ich geb nicht auf. Das war, das war blöd. Ich bin euch so überlegen. Ist das für ein Boot, das ist einfach nur ne Folie. Ja, aber der Typ ist witzig. Der baut alle möglichen Sachen selber. Ach zur Hölle, der hat sich auf ne Krane gesetzt. Der Typ ist ne Legende. Ich weiß auch nicht, was er sich gedacht hat. Ne, keine Ahnung. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Alter, wie hat der den denn gesnipet? Auf Jubegei. Bisschen doof anhört. Am Ende des Tages bin ich immer noch ein Mensch. Oh, das ist ein Mensch, aber das ist ein Bild. Wow. Pippische Asiaten. Wow, 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 oh, scheiße. Was war das? Ach du heilige Scheiße. Sollte. Sollte. Oh, oh, oh. Geht's doch, oder was? Der ist ja für... Ich bin so vor hier, oder? Ja. Ey liebes Team. Ja. Wir müssen anfangen. Okay. Tschüss. Ja Tim, mach's gut, ne? Ich komm nur nach hier. Achso. Komm bitte geh. Und der hat gesagt, ich will unbedingt mal einen Bier-Tornado entzünden. Ich schaff das Leute, wirklich. Geh langsam hoch, langsam. Schweiter da. Es hat auch null Spin. Jaja, es hat gar keinen Spin. Wenn man wenigstens den Spin hat und es verkackt, dann ist es gut. Wenn man einfach nur so dumm sich das Bier ins Maul kippt, dass es so schäumt, dass es explodiert. Sie hat es quasi einfach nur geschüttelt. Und es ist ein Radler. Es ist ein Radler. Der Kameramann bei dem Event hatte ganz viel Spaß. So. Das sieht gut aus, oder was? Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Moment. Ja, da drüben. Werbung? 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 Mo, Mo, J intentionally. Wait. Hohly shit,^^Digal. Mom Lenin. Auch nochmal mit fünf Gegifteten hier am Stissel. Es ist unfassbar. Also wirklich. Einfach nur noch perfekt. Du bist einer von diesen Helden, nicht wahr? Schon lange nicht mehr. Ich finde es so geil, dass der Typ immer noch so viele Emotionen in sich hat. Weißt du, was ich mache? Ich könnte, ja, ja, das ist so nice, aber ich könnte, also ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte nicht mehr, inzwischen kann ich nicht mehr sauer werden, wenn ich in Call of Duty umgeballert werde, weißt du, was ich meine? Doch, 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 in einigen Games, doch, doch. Ja, man wird sauer, ja, aber nicht so sauer, weißt du, was ich meine? Dann regt man sich ein bisschen auf, aber er ist jedes Mal so sauer, das ist so geil. Oh shit, ich muss wieder in 5M rein, sorry, in 2, 3, 2, 1 Werbesgespräch. Ups, tschüss, bis wir hören uns. Ups, tschüss.